In imposanter Darstellung gestaltet dieser Sohn des Donauhof als Sohn eines Grand Prix-Siegers jeden seiner Auftritte in vorbildlicher Weise. Als typischer Nachkomme seiner vornehmen Mutter zeigt er sich in jeder Phase als bewundernswert. Wesensfest pflegt einen engen Bezug zu seinen Menschen und begeistert durch seine dynamischen Bewegungen, die er mit selbstverständlicher Takt-Sicherheit in große Schulterfreiheit entfaltet. Seine Mutter errankt Erfolge in Reitpferde- und Dressurpferdeprüfungen der Klasse A und stellte mit Herzenswunsch eine der Auktionsspitzen der diesjährigen Mabacher Gestütsauktion. Großmutter Hovach firmiert als eine der Vollschwestern der Klosterhofer Vererberlegende Hohenstein. Von daher pflegt dieses Fohlen ganz enge Familienbande mit dem Grand Prix-Sieger TSF High Motion, aber auch zu Nathalie Sougeons Grand Prix-Championess Hoheit.